Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge ARK. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und heute will ich mir ein bisschen mehr Mühe geben. Wir dürfen ja Gott sei Dank auf dem Bett spawnen. Hui, bin ich froh. Da müssen wir es wirklich nicht suchen, aber ja, wir müssen uns natürlich wieder... Oha, es geht ab. Neu, ähm, oha, die ganzen Texturen. Neu ausrüsten, neu basteln, neu alles machen. Yeah. Mein schöner Wolf, er ist leider des Todes, war alles ein bisschen doof gelaufen gestern, aber ja, kommt vor, ne? Wollen wir nicht rumheulen. Wollen wir einfach machen. Gut. Holz, Quatsch, kann ich rausmachen. Hier ist noch Eisen und Ach, guck mal, ist noch alles drin, was das Herz begehrt. Ähm, Weapons, Melee. Da können wir immer das machen, einmal das machen und einmal das machen. Was haben wir, das haben wir. Gibt auch schön Leveln. Okay, nicht so wirklich viel. Dann haben wir erstmal schon mal Zeugs wieder zum Bauen. Mal ist das teuer. Und eventuell bekommen wir ja heute noch einen neuen Wolf. Also ich finde den Wolf ein mega geiles Reit hier. Und wir könnten aber auch mit dem Dicken hier los spazieren, aber der kann nicht so schöne Sprünge machen. Da werde ich aber jetzt drauf achten, denn einfach mal so Sprünge machen, das geht mal gar nicht. Die springen wirklich gut, aber das kann man einfach nicht erkennen, ne? Ob der jetzt da auch landet oder nicht. So eine Armbrust, dann brauchen wir ganz viele Pfeile. Yeah, Level up. Wie soll 300 Herbs haben? Auf jeden Fall. Jetzt haben wir wirklich viele Punkte zu vergeben. Ich weiß nicht, was sich hier noch tatsächlich lohnt. Das ist jetzt die Frage der Fragen. Ähm, die Eisenrüstung, welches Level sind wir? 41, glaube ich, ne? Die ist, glaube ich, noch nicht zu erreichen. Da müssen wir eh alle Rüstungen für lernen. Das ist der Gilly. Da ist die Eisenrüstung Level 45. Und dann kommt langsam schon jetzt hier, also es ist schon da, die Elektro-Parts. Das ist auch so eine Sache. Ähm, hier in South-Stitch-Earth kommt auch jetzt ab Level 45. Das nächste, neuer Sattel, ein krasses Gewehr. Äh, ansonsten haben wir hier eigentlich die tollen Sachen schon gelernt, ne? So ein Ölfass, weiß ich noch nicht, wofür es gut ist. Wahrscheinlich zum Öl aufpassen. Äh, ja, Öl drin ist, das ist eine Storage-Box. Salt and make them länger... Oh. Das will ich einfach mal. Das will ich haben. Da kann man Salz reinpacken. Also, um das länger haltbar zu machen. Das sieht bestimmt ganz cool aus. Darf man das in der Tasche bauen? Da ist es. Clay, Wood und Thatch. Na, wunderbar. Gut. Wir haben ganz viele Engworms zu vergeben. Ich hab ja noch letzte Mal, das dummerweise, das neue Fass gelernt. Das war vielleicht nicht ganz so klug. So, uns wird natürlich jetzt Affen heiß. Aber wir brauchen auch Silk, ne? Was ist denn mit dir? Hast du eigentlich auch Silk mit eingesammelt? Der hat ja auch mega Kräfte, sag ich mal. Wir müssen unbedingt einen Zaun bauen. Boah, der ist aber auch ein mächtiger Bub. Als Silk sammelt der nicht ein, ne? Das glaub ich auch nicht. Das wär nämlich zu schön. Alter, der wird aber wirklich schnell. Gewicht. Der wird aber auch sehr schnell sehr, sehr schwer, ne? Das ist ein großes Problem. Wah, schon wieder. Oh, ja. Jetzt weiß ich, was ich machen soll. Habt ihr mir in die Kommentare geschrieben. Hier ist der Tab. Bup. Dann ist das nicht vergeben. Dann geb ich da mal das, äh, Minus. So, dann ist der da unten wieder nicht vergeben. Wizzled all. Ja, das ist nicht schlimm. Safe. So, dann haben wir jetzt aber auch das hier so, wie wir's wollen. Wie gesagt, wir sind nackig, ne? Wir brauchen Pfeile. Ui, der ist noch nicht, der ist noch nicht überladen. Was passiert mit Bäumen? Er fällt Bäume und holt sich drei Holz. Oh, das ist eine Verschwendung. Aber der wird sich schnell zu schwer. Leider kein Silk. Wie krieg ich am besten Silk? Das wär noch ganz interessant zu wissen. Oh Mann, der ist aber zu schwer. Der dicke... Was hat der dicke denn jetzt alles tonnenweise hier drin? Das ist ja der Hammer. So, jetzt bist du aber nicht so schwer. Jetzt kannst du rennen. Komm. Aufrichtung nach Hause. Da wenigstens in deiner Nähe. Äh, mein Ziel wär noch ne Motte. Ich hab vergessen schon wieder, wie die heißt. Und ich glaube, wir dürfen die auch wirklich erst mit Level 45 fliegen. Was nicht mehr ganz so lange dauert. Wir sind jetzt Level 42. Sehr schön. Ich glaub, ich hab mega... Ne, ich hab keinen Doos mehr. Ist einfach nur mega heiß. Silk, silk, silk. Das können wir pflücken. Einfach so. Ich seh das ja. Das dauert aber wesentlich länger. Ich glaub, mit ne Peitsche sind wir da ganz gut aufgehoben. Man muss ne Peitsche bauen. Ja, Sextoys sind immer gut. So. Wir haben ganz viel Heid. Da ist Heid. Fiber, Wood. Und ich glaub, das war's schon für ne Peitsche. Peitsche. Pa, 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 Peitsche. Wo ist denn die Peitsche? Bin ich blind? Da. Mehr Fiber. Und Silk kostet's auch noch. Und ich wär doch ein Fan von der... Äh, wie heißt es? Eisenrüstung. Aber 45, glaub ich, Level müssten wir dafür haben. So, Peitsche. Da sind Sextoys. Kommen wir auf den Speer. Das Holz können wir mal hier reinpacken. Und das Heid. Da stört's uns gerade nicht. Unsere Vergessenheitsgetränk, was wir gelernt haben. Oder besser gesagt gefunden haben. Die esse ich jetzt einfach, weil sie da sind. Müssen sie nicht wegwerfen. Peitsche. Auf die Sechs. Keine Ahnung, ob wir damit gut Silk kriegen. Ich weiß es nicht. Oder Silk. Ja, mir ist heiß. Ich weiß. Oh. Gar nicht. Fiber und Bären und so ein Kram. Also, das sammelt man tatsächlich besser mit der Hand auf. Das ist ja furchtbar. Das Silk. Oder mit irgendeinem anderen Vieh. Keine Ahnung. Bestimmt so eine Motte kann das voll gut. Und die haben ja auch so eine Kokons aufseite. Wenn mich nicht alles täuscht, du kriegst ja gar nichts hier. Zur Strafe muss jetzt der der Ankühleren glauben. Einfach nur so. Oh, jetzt hat er mal einen gegeben. Ja, jetzt hat er mal einen gegeben. Dann müssen wir rückwärts laufen. Oh, das ist nicht gut. Keine Chance. Keine Chance. Wow. Und jetzt noch weiter um ihn kümmern. Oh, jetzt kriege ich ihn noch vor allem für ihn ein. Jetzt wird es eng. Er hat noch mega viel HP drin im Kühler, ne? Mir ist es auch heiß. So, schnell. Ich werde dir gerade Minus-HP. Wow. Es stockt einmal. Was ist es? Minus oder Plus? Ich muss was essen. Ja, wir machen Plus. Spark Puder. Ja, Fleisch kriege ich ja gleich wieder. Aber das ist natürlich jetzt mal schmerzhaft hoch 3. Guck mal, Bären. Auch, guck mal, Bären haben wir doch gesagt. Da hat sich doch gar nicht hingebrochen. Die Hitze, ne? Die macht einen fertig. So. Food geht hoch. Ich hoffe, damit geht auch ein bisschen Essen hoch. Keine Knuspern. Mann, diese dover Sebenklar-Tiger. Wo kam die jetzt her? Ja, immerhin tötet er nicht mal ein Tier, ne? So, wir kriegen ganz wenig HP. Da ist das Blutabnahmesystem, glaube ich, wieder ganz gut gedacht. Kriege ich draußen denn auch noch HP dazu? Weil dieses Hitzige ist ja natürlich blöd. Das ist eine ganz blöde Uhrzeit heute. Zum Start. Na. Na, guck mal, wir machen wieder Minus-HP. Scheiße, ich will aber zu den Dingern da hin. Na, ich brauche irgendwas zum Anziehen, ne? Ohne... Na, das braucht immer nur dieses Silk und dieses blöde... Ja, Hide ist ja kein Problem, aber Silk ist jetzt gerade das Problem. Boah, und umso mehr HP man hat, desto länger dauert das auch, ne? Okay, Pfeile kosten... Kosten ganz klar kein Wood. Der ganz normale Arrow, wo ist er da? Thatch und Flinte, ja genau. Eine Flinte. Habe ich natürlich nicht. Oh, jetzt kann ich nichts machen so lange. Verdammt! Die Dinos, die werden von irgendwas anderes gefressen dann. HP kommt wieder. Weil er hatte Inventar, ich weiß. Pfeile, sehr schön. Mann, komm! Ja, hau doch! Der hat natürlich kein Inventar gehabt, glaube ich. Gut, dass wir innen drin kochen können. Da kriegen wir schnell HP wieder. Aber so gefährlich ist das jetzt auch nicht. Komm, ist bestimmt besser... Oh, wenn wir uns ausschließen, Blödsinn. So. Klappe zu, Affe tot. Und dann entfachen wir das Spark Fire. So, noch mal ein bisschen Leder mitgenommen, was aber auch wieder ganz gut ist. Okay. Pfeile hatten wir jetzt schon gut. Also 19 Pfeiler finden ist immer eine schöne Sache. Und wir machen uns was zum Mampfen. Jo. Geht immer schneller. Weiß ich nicht, hier steht ja nicht, wie viel Grad mir jetzt heiß ist. Ne, das ist ja... Ich schätze mal, dass hier drin in der Bude 40 Grad ist, was ich sehr warm finde. 85% was? Notions, was soll das denn sein? Hyperterminal 353, Source 1, West. Keine Ahnung, was das bedeutet. Können wir bestimmt wieder besser sagen, als ich das weiß. So, 5. Dann kriegen wir langsam aber sicher wieder HP dazu. Ja, ich muss Silk sammeln. Das ist das große Problem. Sag mal, habe ich jetzt eigentlich meine ganzen... Narkotiks verloren. Fällt mir gerade noch so... Oh, guck mal. Spontan ein. Das wäre natürlich jetzt gerade mega ärgerlich. Ich hatte nämlich 31 Narkotiks in der Tasche. Fritsch, Pfeiler. Das ist alles schönes Zeugs. Mir geht es nicht besser, wenn ich hier draußen daher schmelze. Das ist das Problem. Mann. 13 Pfeile. Jetzt geht es doch langsam los hier mit dem Leveln. Das dauert auch jetzt immer länger. Die Pumpe, ey. Das ist echt hart. Boah, das Spiel ist so krass schwer, aber macht wirklich Spaß. Muss ich sagen. Es ist sehr, sehr interessant. Äh, was fehlt mir denn für die Pfeile jetzt noch? Flint, okay. Flint habe ich glaube ich nicht mehr hier drin gehabt. Ne, ne. Ja. Auch nicht. Alle Flints verpulvert. Äh, 32 Pfeile. Das macht einen schon ein bisschen happy. Den Bumerang könnten wir vielleicht noch machen. Den habe ich eigentlich noch gar nicht so richtig toll ausprobiert. Was verdammt noch? Gut. Da ist er. Das ist auch ein ganz cooles Item, muss ich sagen. Ach, den setze ich sofort da hin. Okay. Haben wir ja alles in der Tasche. Da wollen wir nicht geizig sein hier, ne. Den Sperr können wir auch mal hier lassen. Der wiegt ja auch drei Kilo. So, dann gucken wir nochmal ganz fix. Es wird gleich Nachmittag, dann haben wir bessere Uhrzeit zum Sachen machen. Hier sind nur 20 Flint's drin. Und du kommst mal hier rein. Gammeliges Fleisch nüftet hier nicht mehr drin sein, vergammelt ja dann doppelt. Salz läuft tatsächlich sogar ab. Okay, das ist jetzt gefährlich. Das habt ihr mir nämlich geschrieben, dass das passieren wird. Was das hier passieren wird, der wird sich, äh, ich muss es vorher schaffen, ihn zu töten. Aber ich will ihn nicht im Bein schießen. Das habt ihr mir geschrieben. Ohne Zauern hast du hier keine Schnitte. Dann kommt nämlich einer und macht das mit deinen Viechern, ne. Ach, das ist gar nicht meiner gewesen. Ha! Du alter Glückspilz, du. Oder nicht? Ich dachte gerade, hä? Oh. Tut mir leid. Dann bleibst du auch hängen. Was ist das denn da? Mein Pfeil. So. Dann bleibst du auch hängen. Ich glaube, wir haben eine gute Uhrzeit. 38 Grad. Da kann der ganz gut leben mit. So. Verpflegung. Hätte er auch töten können, ne. Aber ist egal. Dann haben wir den getötet und die Mortadella. Ne, die Mortadella nicht. Ich meine, das ist ein ähnliches Ding wie die Mortadella. Wir haben eine eigene. Ähm. Ja, scheiß jetzt. Das Feuer aus. Silk. Timmy will Silk haben. So, jetzt müssen wir aber wieder was ein bisschen anderes basteln. Und zwar brauchen wir Flint und Stein. Stoff und Schnaps. So. Äh. Hau rauf. Man wird immer so ein bisschen aus. Ich sag mal, durch so einen Tod wird man einmal massiv ausgebremst hier im Spiel. Ne. Durch den, ähm. Problem mit dem. Sachen, die man dann nicht mal hat, die man braucht. Jetzt müsste ich ja wieder ein Tier treten. Das dauert ja wieder eine ganze Folge. Und, ähm, ja, ich möchte das ja nicht überspringen, ne. Dann denkt er am Ende noch ein Mogel oder sowas. Boah, Flints, ey. Was ist los? Sind wir bei den Flintstones, oder was? Kriege ich eigentlich HP wieder? Ja, ne. Läuft. Wie gesagt, Silk. Das ist gerade das, was fehlt. So viel braucht man Gott sei Dank ja davon nicht. 100. Steine 30. Das passt hier nicht mehr rein. Ich verstehe. Hallo? Slot 20 von 12. Ach du, scheiße. Was kostet mir das Ding da? 20 Clay. 20 Clay. 10 Wood und ein bisschen Sedge. Clay hatten wir hier drin, ne. Viel zu viel. Sogar haben wir auch, glaube ich, eine Bude noch. Da machen wir uns dann Salzbehälter, ne. Hoffentlich kann der richtig viel Salz packen. Wood, hab ich gesagt, ne. Das war aber da drin, ne. Und da ist noch Sedge. Und Wood. Machen wir uns da so einen richtig schönen Wüstenbehälter. Haben wir gelernt. Dafür machen wir ihn ja dann. So, Use. Steht da perfekt. Wie viel? Vier Slots. Nicht gerade wie großzügig, ne. Oh, ja. Der hält ja so ein bisschen länger drin. Ganz dezent. Aber das gibt nur 5er Stacks. Das ist voll geizig. Scheiße. Was soll ich denn das denn machen sonst, ne. Das verbraucht man mal den ganzen Platz. Ich könnte überhaupt nichts mehr kraften hier drin. Wüsste ich ja nicht, dass das alles verbraucht hier. Am Plätzchen. Außerdem würde das ja sowieso kaputt gehen. So. Hatte ich nicht viel mehr Flints. Da. Ist das bessere Feuer. Da muss ich euch ja zugestehen. Habt ihr mir ja geschrieben. Ist einfach das viel, viel bessere Feuer. Weg damit. Wir sammeln mal Silk. Auch wenn das ein elendlanger Weg ist, Silk zu sammeln. Obwohl, geht sogar. Ich versuche leise zu drücken. Ist wieder einer dabei. Wir sammeln also für Mist mit ein, den keine Sau haben will. Ach, das geht ja super. Guck mal, wie viel da kommt. Nur die schönen Blümskin hier, ne. Ich hab mir noch überlegt, den Räucherschrank. Da braucht man ja nur Öl reinmachen, glaube ich. Oder Sparkpuder. Ich weiß ja nicht mehr. Um räuchertes Fleisch herzustellen. Das hält ja in der Wüste bestimmt auch länger dann, oder? Aber wir haben ja ein Problem mit dem Vergandeln des Fleisches. Ne, wir sind ja schon wieder fünf. Schon wieder Hunger. Sammeln, 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 Silk, Silk, Silk. Gegen Hitze ist einfach am besten, wenn man da dieses Wüstenzeug setzt. Und später dann die Eisenrüstung, die dann sehr, sehr viel Eisen von uns abverlangen wird. Aber das werden wir locker und flockig hinbekommen. Da wissen wir, wo es liegt, das ganze Eisen. Dann brauchen wir noch Kristall und so ein Kram. Und das machen wir alles ganz in aller Seele. in Ruhe. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich werde mich ein bisschen mehr Mühe geben, ein bisschen mehr konzentrieren. Heute wäre ich zwar schon wieder fast gestorben gerade. Aber kann ja passieren. Eine Attacke kann mal vorkommen. So kriege ich ja auch Silk, ja. Boah, ich kriege da einen Krampf im Finger. Man kann ja auch gedrückt halten, aber der flügt ja mal so schnell. So viel haben wir denn jetzt? 23. Da kriege ich, glaube ich, eine Hose und Dings hin. Erstmal. Weil es uns ist immer noch heiß. Boah, super. Weiterhin Silk jetzt schon anziehen können. Ich weiß. So, Dicker. Obwohl ich es zwar nicht... Ich weiß nicht, warum er keinen Silk sammelt. Das ist gemein. Ich sammle es ja auch. Ist ja nicht so, dass er das nicht könnte. Okay. Ein Riesenspaß für die ganze Familie. Wir sind gleich überladen. Oh, ich muss was trinken. Gott sei Dank diesen Brunnen hier ausgebaut. So, Fiber, 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 Fiber. Das werfe ich auf keinen Fall weg, das Fiber. Der Rest wird uns ja in Windesall in der Tasche vergammeln, wenn man das nicht wegräumen würde. Boah, ist das wenig, ey. Wir müssen eine kleine Rüstung haben. Wir müssen ein bisschen Rüstung. Was ist los? Alles gut? Hatte ich einer geärgert. So. Habe ich noch gammeliges Fleisch in der Tasche? Ja, entsteht gerade. Denn, wir können uns da neue Narkotiks machen. Wir wollen ja einen neuen Wolf haben. Weil Wolf echt cool ist. Wolf ist echt ein tolles Reitier. Hier ist wieder voll, ne? So geräuschlos. Guckt mal ganz durcheinander. So leise. Warum? Der hat wieder tonnenweise Narkotiks drin. Aber dafür haben wir nicht genug vergammeltes Fleisch. Das ist das Problem. So, hier ist ein vergammeltes drin, ne? Noch viermal. Ei, ei, ei. Du brennst auch gar nicht, ne? Was daran liegt, weil ich da doch gar nicht Agazulette habe. Ich depp. So. Sporkpuder. Gammelfleisch. So. Das Problem ist, weniger Gammelfleisch haben wir gerade. Was komisch ist, weil ich habe immer so viel Gammelfleisch. Du bist gelevelst. Du darfst mehr tragen. Gibst mir mal deine Narkos, die du eingesammelt hast. So. Und ich gucke noch mal nach gammeligem Fleisch. Aber ich glaube, es braucht nichts mehr. Da, fünfmal. Warum ist denn der Hintergrund jetzt so leise? Das war doch gerade nicht so. Was ist das für ein Bug? Das konnte man doch so einzeln reinpacken, immer, ne? Ah, der sitzt auf den Slot. Bringt mir jetzt nichts. Okay. Komisch ist ganz, ein blöder Soundblock gerade. Verstehe ich jetzt zwar nicht, aber egal. Ich habe ja nichts verändert. Ich habe gesagt, ihr seid ja Zeugen. Ich habe nichts getan. Oh, die Tür ist laut. Okay. Haben wir noch Silke drin? Nein, ich habe schon geguckt. War immer noch kein Silke drin. Machen wir zwei, drei Stück ein. Dann gucken wir mal, ob wir uns ein neues Stück Kleidung machen können. Immer noch ist es heiß. Heftig, ne? Wir sind gleich nächstes Level. Nein, ein Silke. Ich darf das nicht sagen, ne? Ich sage einfach mal, komm, wir sammeln nur ein, zwei Stück und dann kriegst du gar keins. Da. Und? Komm, die Nummer drei? Nein. Ich muss unbedingt die Kristalle abfahren, aber ich würde gerne an der Motte fliegen. Die ist nicht die schnellste, aber besser als gar nichts zum Start. Ist nicht drin, weil... Noch nicht da. Hose. Besser als nackt rumlaufen, ne? Level up. Bäm. Ja, wir nähern uns der Ritterrüstung, ne? Ich nenne sie mal Ritterrüstung. Okay. Echt einen Haufen. Davon habe ich. Aber nicht viel vergammeltes Kotelett. Schade. Okay. Oh, jetzt tut mir da weh. Schmerz. So. Mach du mal schön. Also wir werden uns wieder ein neues Reittier besorgen. A la Wolf. Wenn ich jetzt nochmal gucke, ganz kurz, bevor wir jetzt einfach rausmachen und nichts machen. Von der Sattel her. Ist das der nächste? Ich weiß nicht, ob das hier auch ein Sattel ist. Das sieht aus wie eine Kettensäge. Keine Ahnung, was das ist. Werden wir rausfinden, wahrscheinlich in der nächsten Folge. Und was das hier ist. Ölpumpe sehe ich auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall interessant. Bis Level 50. 75 hier. Keine Ahnung. Bin ich mal gespannt. Die Ritterrüstung. Ich hoffe, ich habe auch recht mit 45. Gucken wir mal. Dann haben wir ordentlich zu tun in den nächsten Folgen. Definitiv. Kanonkugel. Hier. 45. Das ist auf jeden Fall die Ritterrüstung. Und auch wieder dieses Ding. Okay. Wir werden eine Menge rausfinden. Mit Level 45. Das wisst ihr ja schon meistens alle. Ist ja nicht mehr lange. Bis zur nächsten Folge. Ich gehe higher machen solange.